Guckt euch mal an, wir haben einen R9 für 10,5 Millionen gekauft. Und der ist noch 7 Millionen wert, also hier geisteskranken Verlust gemacht. Wir haben einen Rülle für 4,7 gekauft, der ist noch 4,2 wert. Wir haben einen Gerd Müller für 897 gekauft, ganz am Anfang, das war noch günstig. Guckt euch das an, Chat, der ist noch 700k wert. Wir haben einen Haaland für 2,1 gekauft. Ja, perfekt, richtig geil. Wie geisteskrankt man mit Coins rutschen gegangen sind, minus 6 Millionen, das tut weh.